Herzlich Willkommen zu diesem zweiten von sieben Videos, wo ich die Informationen zum Karten im Geschichtsunterricht geben möchte. In diesem zweiten Video geht es dann letztlich um das Thema Karten sind nicht neutral. Was heißt das? Karten sind nicht neutral bedeutet, dass der Kartenautor oder die Kartenautoren, also diejenigen, die die Karten machen, entscheiden, was tatsächlich dargestellt wird und was sie weglassen. Also Kartenautoren entscheiden, welche Städte zum Beispiel dargestellt werden, welche dann nicht dargestellt werden oder ob zum Beispiel bestimmte Schlachten gezeigt werden oder vielleicht Verbrechen, die das eigene Volk oder der eigene Staat begangen haben, dann nicht dargestellt werden. Karten richten sich zum Teil ja auch an die Öffentlichkeit und diese Öffentlichkeit möchte man dann zum Teil auch beeinflussen. Hier haben wir ein Beispiel, das sich mit dem Vietnamkrieg beschäftigt. Wir haben hier eine Karte des amerikanischen Geheimdienstes und sie zeigt Südvietnam. Hintergrund, historischer Hintergrund ist der Vietnamkrieg, der sich ja dort zugetragen hat, ungefähr 1955 bis 1975 und wo dann ab Mitte der 60er Jahren auch dann die USA aktiv in diesen Krieg dann eingetreten sind und in dieser Karte des US-Geheimdienstes sehen wir wiederum hier eine Menge von Informationen. Wir haben hier unten auch eine Legende, wir haben ja auch einen Maßstab, also wir können dann daraus ablesen, wie viel dann hier zum Beispiel ein Zentimeter in der Karte dann wie vielen Kilometern dann zum Beispiel entspricht. Das kann man alles ablesen. Wir sehen dann hier, an welchem Meer hier sich der südliche Teil von Vietnam befindet. Wir sehen hier das Nachbarland Kambodscha. Wir sehen hier verschiedene Städte, die dann hier in Südvietnam da vorhanden waren. Wir sehen hier verschiedene Regionen. Wir sehen hier auch einzelne Truppenanordnungen. Hier das zweite Chor zum Beispiel. Diese Karte gibt eben Informationen, wo sich entsprechend das Militär befindet. Diese Karte zeigt aber manche andere Dinge nicht. Diese Karte zeigt zum Beispiel dann nicht an, an welcher Stelle es zum Beispiel zum Einsatz von Chemiewaffen kam von Seiten der USA. Das heißt, wenn die USA kein Interesse daran gehabt haben, den Einsatz von Chemiewaffen öffentlich zu machen oder deutlich zu machen, in welchem Umfang das passiert ist, dann wird man das als Kartenautor, als Kartenautorin hier in so einer Karte nicht darstellen. In dieser Karte hier wiederum können wir so einen Einsatz von Chemiewaffen gegenpflanzen, besser darstellen. Wir sehen hier ebenfalls dann eine Legende, Rot und Grün, stellen unterschiedliche Dinge dar. Rot stellt hier eben einen gezielten Einsatz von chemischen Mitteln für die Erntevernichtung eben dann dar. Also man hat dann versucht hier an diesen Stellen anscheinend Chemie einzusetzen und dort die Ernte zu vernichten. Und das natürlich in Regionen, wo vor allem Gegner der USA gelebt haben oder eben auch gekämpft haben. Darüber hinaus gibt es hier noch einen grünen Bereich, der für die Entlaubung steht. Es gab hier Entlaubungsmittel, das heißt in dieser Krieg wurde dann auch häufig im Dschungel geführt. Und in den USA ist es sehr schwer gefallen, die gegnerischen Kämpfer erkennen zu können und diese gezielt dann zu bekämpfen, wenn sich diese dann im Dschungel versteckt haben. Und dann ging man dazu über, die Bäume im Dschungel dann zu entlauben und damit dann von oben her, von Hubschraubern zum Beispiel her, einen besseren Blick auf den Feind haben zu können. Deswegen wurden hier in einem großen Umfang, wie wir hier sehen, in einigen Teilen des Landes, solche Entlaubungsmittel dann auch eingesetzt, um den Feind dann damit dann auch besser aufspüren zu können. Wenn man sich diese Karte jetzt hier anschaust und dann vergleichst mit der Karte, die wir uns davor schon angeschaut haben, dann sieht man diese Angaben hier dementsprechend dann nicht. Das heißt, das wollte man hier in so einer Karte dann nicht darstellen. Das dann war das zweite Video. In diesem Video ging es dann darum darzustellen, dass Karten nicht neutral sind. Das heißt, dass hier eine bewusste Auswahl getroffen wird, was dargestellt wird. Und das bringt uns natürlich dann zu der Schlussfolgerung, dass es immer in der Regel sinnvoll ist, sich mehrere Karten anzuschauen zu einem bestimmten Land, zu einer bestimmten Region, zu einer bestimmten Zeit. Und zum Schluss wiederum ein Hinweis auf die hier verwendeten, in diesem Video verwendeten Medien. Danke für deine Aufmerksamkeit und du siehst dann bald das dritte Video aus dieser Reihe zu Karten im Geschichtsunterricht, worum geht, dass Karten letztlich eine vereinfachte Darstellung der Wirklichkeit darstellen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020